Die Helden meiner Kindheit, würde ich sagen, sind meine Eltern. Der Lieblingsplatz ist Stuttgart außerhalb vom Stadion, die Schlosseria in Stuttgart. Mein Vorbild auf dem Platz, vor allem früher, würde ich sagen, Fernando Torres. Ich sehe mich in zehn Jahren mitten im Berufsleben irgendwo stecken und meine größte Leidenschaft ist natürlich der Fußball und mein Lieblingsessen mit Spätzle. Der Held meiner Kindheit ist Zinedine Zidane, Lieblingsplatz in Stuttgart außer dem Stadion, jegliche Golfplätze. Vorbild auf dem Platz, Manuel Neuer. In zehn Jahren werde ich, soweit habe ich noch nicht geplant, meine größte Leidenschaft, Fußball, Lieblingsessen, Lasagne.